Jetzt geht der Spukspaß richtig los. Halloween steht vor der Tür. Doch keine Idee fürs Verkleiden? Na, wie wär's denn mit einem frechen Torfädchen? So einfach geht's. Feuerrot, das ganze Gesicht schminken, die Augen tiefschwarz und einen Keckenswirbelschnurrbart aufmalen und dann noch ein paar listige, eckige Augenbrauen und Dölfchen Loai ist für den Gruselspaß bereit. Euch allen ein schaurig schönes Halloween.